Und durch diese Veränderung, die läuft, haben wir momentan mehr Holz, das anfällt, als wir brauchen. Es fällt mehr an. Weil wenn wir jeden Käferbaum wegräumen, haben wir so viel Holz, dass wir mehr haben. Das heißt, momentan haben wir überhaupt nicht das Thema von zu wenig Holz. Aber die Zeit wird sich auch wieder ändern. Wenn der Wald wieder mal umgebaut ist, wird eine Phase kommen, wo von Natur aus weniger anfällt. Und da brauche ich dann Material aus dem Rückbau. Da muss ich meinen Baubedarf so aufbauen, dass nicht alles aus dem Wald kommen muss. Wie aufwendig ist es, so ein Haus niederzubauen und wieder aufzubauen? Das ist eine Frage der Technik und des Designs. Das muss man schon mit, dass es möglichst gleich geht wie beim Lego auseinander und wieder zusammen. Dass das nicht zu kompliziert ist. Warum ich jetzt frage, im Part Nachhaltigkeit mehr oder weniger, weil es ja auch darum geht, CO2 zu speichern. Und einen interessanten Satz, was ich gehört habe von dir, ist eigentlich eh total logisch, dass, wenn man das Holz nimmt zum Harzen, dann quasi setzt sich das CO2, dann ist es zwar ein Nullsummen-Spül, aber wenn es in Holz heißer, in Bauwerke, Möbel etc., die langfristig... Dann bleibt es. Dann ist es ja für die Zeit, wo dieses Holz nicht thermisch verwertet wird... Gespeichert. Gespeichert. Genau. Das heißt, irgendwann wird es wieder frei. Deshalb ist es ja die große Chance, kurzfristig das Bauwesen von Beton auf Holz umzustellen. Das wäre dann quasi, zumindest einmal für 200 Jahre, eine CO2-Senke, wo ich CO2 quasi wirklich speichern könnte.